Herzlich willkommen zu Captivate Kompakt. Mein Name ist Martin Uhrig und heute geht es wieder einmal um responsive Projekte im Fluid Boxes Modus. Ganz konkret wollen wir uns hier die freie Objektpositionierung sowie statische Fluid Boxes anschauen. Hierzu habe ich mal ein neues, leeres, responsives Projekt angelegt und hier ein Objekt auf der Folie platziert und das Ganze ohne Fluid Box, sprich das Objekt einfach auf die Folie gezogen, ohne hier zuvor eine Fluid Box anzulegen. Bei dieser Form der Objektplatzierung stehen Ihnen hier die Positionseigenschaften zur Verfügung, die Sie vielleicht schon aus dem Breakpoint beziehungsweise Haltepunktmodus kennen. Hier können Sie sowohl die Position einstellen, Sie sehen hier auch verschiedene Möglichkeiten wie Prozent festen Pixelwert oder Prozent relativ, also Objektposition oder Größe im Verhältnis zur Folie oder einem anderen Objekt, sowie auch die Möglichkeit, die Objektgröße in selbigen Werten einzustellen. Vielleicht kurz einmal was zu diesen Werten. Prozentual bedeutet, wenn das Layout sich verkleinert, dann verkleinere dich entsprechend prozentual mit. Ein Pixelwert ist die Möglichkeit, dann eben einen festen Wert vorzugeben, der unabhängig von der Layoutgröße gilt und prozentrelativ wie gesagt immer im Verhältnis zum Seitenverhältnis, also zu Breite und Höhe der jeweiligen Ansicht. Darunter stehen Ihnen auch noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können hier eine minimale, maximale Höhe, Breite angeben, sowie auch eben ein Objekt horizontal oder vertikal auf einer Seite platzieren. Bei dieser Einstellung sehen wir dann, wenn wir die verschiedenen Layouts wechseln, dass das Objekt immer mittig entsprechend auf der Folie platziert wird. Und durch unsere Einstellung hier in Prozent sehen Sie auch, dass das Objekt sich immer weiter verkleinert und entsprechend dann proportional sich dann skaliert. Wenn wir das wieder rausnehmen, das ist dann übrigens auch die Standardeinstellung, wenn Sie ein Objekt frei auf einer Seite platzieren, dass es immer prozentual positioniert ist, also prozentual von oben, von links, sowie auch in der Größe. Wenn wir hier Smart Position aktiv haben, dann sehen wir auch sehr schön die Verankerung. Aktuell von oben 22, sowie von links 25 Prozent. Diese Verankerung können Sie übrigens auch schön über diese Smart Position Anfasser verändern. Sie nehmen einfach hier den Anfasser und können den zum Beispiel auch hier unten dranhängen. Und dann sehen Sie, ist jetzt die Positionierung von links und von unten zum Beispiel. Das heißt, Sie könnten hier auch vielleicht einen festen Wert vorgeben, wenn Sie sagen, es soll von unten zum Beispiel stets 50 Pixel sein. Wenn wir dann in die verschiedenen Ansichten gehen, dann sehen Sie, haben wir immer eine Ausrichtung von unten, entsprechend hier 50 Pixel. Diese ganzen Werte können Sie natürlich beliebig kombinieren. Hier empfehle ich auch einfach mal, das intensiv auszuprobieren, um dann eben auch die Auswirkungen genauer kennenzulernen. Da ist ja doch ein komplettes Umdenken im Vergleich zu klassischen Projekten erfordert. In unserem Fall könnten wir zum Beispiel auch sagen, dass wir das immer horizontal zentrieren und zum Beispiel von unten immer in Abstand von 50 Pixel platzieren. Eine Alternative dazu wäre zum Beispiel hier zu sagen, wir haben immer eine feste Breite und durch die Einstellung automatisch proportional immer dann auch eine feste Höhe. Und wenn wir hier mal durch die verschiedenen Ansichten gehen, dann sehen Sie entsprechend, dass in der kleineren Ansicht dadurch, dass das Ganze immer eine feste Höhe hat, unter Umständen dann nicht mehr alles sichtbar ist. Das kann gegebenenfalls sinnvoll sein, wenn Sie vielleicht ein Hintergrundbild haben und wollen ganz bewusst, dass man dann später das Ganze nicht verkleinert sieht, sondern nur einen Ausschnitt. Dieses Wissen um die freie Objektpositionierung ist dann später auch relevant für statische Fluidboxes. Denn bei statischen Fluidboxes stehen Ihnen ähnliche Optionen und Einstellungen zur Verfügung und um Ihnen das mal zu zeigen, lege ich hier mal entsprechend zwei Fluidboxes an und schalte davon eine auf Statisch. Diese Einstellung finden Sie hier in den Fluidbox Eigenschaften. Da können Sie hier das Ganze auf Statisch einstellen und dahinter können Sie auch nochmal nachlesen, was Ihnen das überhaupt bringt und wann man die benötigt. Denn statische Fluidboxes ermöglichen Ihnen überlappende Objekte. Wenn wir also zum Beispiel mal dieses Objekt hier rein platzieren und dann noch ein weiteres Objekt gleich mal hier einfügen, am besten vielleicht über die Bibliothek, da habe ich hier noch ein weiteres Objekt und platzieren das mal hier in der Fluidbox, dann sehen Sie auch schon, dass die hier entsprechend übereinander liegen, was bei einer normalen Fluidbox gar nicht möglich wäre, denn die Fluidboxes sind in der Regel zweidimensional. Das sehen Sie auch, wenn ich das mal hier nach links verschiebe und das zweite Objekt auch, dann sehen Sie, die können nicht überlappend sein, sondern sich nur nebeneinander anordnen. Aber bei statischen Fluidboxes können Sie Objekte auch übereinander legen mit dem Vorteil, dass wir hier entsprechend zum Beispiel Fehlermeldungen, Feedbackmeldungen oder sonstiges auch übereinander platzieren können. Gut, um Ihnen das mal isoliert zu zeigen, schmeiße ich mal dieses Objekt hier raus. Sie sehen, Sie können dann hier das Objekt auch frei positionieren und platzieren im Rahmen der statischen Fluidbox. In den Positionseigenschaften sehen Sie dann auch hier die Möglichkeit, das genauso wie bei der freien Objektpositionierung flexibel innerhalb der Fluidbox zu platzieren, also von Prozent oben links, sowie auch die Objektgröße einzustellen. Und die Objektgröße hier orientiert sich dann im Verhältnis zur statischen Fluidbox. Sie sehen also hier einen Wert von knapp 94 Pixel, orientiert sich eben nicht an der gesamten Seite, sondern nur im Verhältnis zu dieser Fluidbox. Im Gegensatz zur freien Objektpositionierung fehlen Ihnen hier aktuell bei statischen Fluidboxes die Möglichkeit, das Ganze von unten sowie von rechts zu platzieren, sowie auch die Funktion Smart Position. Wie Sie also gesehen haben, können Sie über die freie Objektpositionierung sowie statische Fluidboxes die Möglichkeiten von Fluidboxes noch einmal flexibel erweitern. Ja, damit sind wir leider auch schon am Ende dieser Folge. Wenn Sie alles noch einmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Blogartikel auf TechWriter.de. Dort können Sie auch unseren kostenfreien Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten. Ihr Martin Urig